Venedig wird vom Wasser verschlungen werden, nachdem die Leichen der Priester und Laien durch eine Invasion des Vatikans umgekommen sind. Wichtige Botschaft für Italien vom heiligen Erzengel Michael an die lateinamerikanische Mystikerin Lorena am 4. Juni 2023 Für die Sünde der Abscheulichkeit, die im Vatikan durch die Anbetung falscher Götter und die Verfälschung der Lehre der katholischen Kirche besteht, werde ich, der heilige Erzengel Michael, der die Gerechtigkeitsengel anführt, mein Schwert gegen Italien ziehen. Wegen seiner sakrilegischen Sünden, Beleidigungen gegen den Himmel und Ketzeräuen wird es unter der gerechten Hand Gottes leiden, es wird von den Wassern überflutet werden und die Bewohner werden unter den stürmischen Wassern des Meeres leiden. Italien wird darin überflutet werden, und zwar mit einer noch nie dagewesenen Sterblichkeitsrate. Venedig wird von den Wassern verschlungen werden, nachdem die Leichen der Priester und Laien durch eine Invasion des Vatikans umgekommen sind, wo sich das dritte Geheimnis von Fatima erfüllen wird, da der Vatikan das Hauptquartier des Antichristen ist und von dort aus das Böse, der Sakrileg und die Heresien, die heute in der Kirche herrschen, gedeihen, bietet für Italien und für die Erlösung der Seelen seiner Einwohner. Ich, der heilige Erzene Michael, Vollstrecker der göttlichen Gerechtigkeit, werde diese Strafe sehr bald in Kraft treten lassen. Leute von Italien, ich rufe euch zur Bekehrung und zur Übergabe eures Lebens an Gott auf, bittet um das Heil eurer Seelen, ich rufe euch zu meiner Armee durch die Weihe an das unbefleckte Herz Maria. Ich, der heilige Erzene Michael, Verwahrer der göttlichen Gerechtigkeit, komme, um das Volk Italiens vor dieser Strafe zu warnen. Wer ist wie Gott, niemand ist wie Gott.